hallo zusammen so wieder siedler am start dann gucken wir mal was da neues gibt ich hatte im letzten mal offline hier mal noch diesen außenposten eingenommen deshalb gehört es uns das auch noch hier habe ich jetzt eine händelkilde hingesetzt welcher handel soll eigentlich bei uns wohl die steine ausgehen habe ich gehört bin mir noch nicht ganz sicher wobei ich ja noch genug steine habe aber vielleicht gerade sehen gibt es auch ein paar steine das müssen sie halt alles darüber schleppen aber es kann jetzt auch nicht erheben somit gucken wir mal wie es jetzt weitergeht jetzt müssen wir irgendwie handel betreiben hat es geheißen müssen wir warten bis es aufgebaut ist wahrscheinlich dann noch wird er hier gebaut vorausgesetzt weg hat es im bau ok das ist auch ein bisschen blöd wenn es die steine da drüben hingeschleppt werden hier sollten bräuchten wir selber naja gut egal da ist ein bisschen länger gold ist jetzt fast weg ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht so richtig was ich tun so ich denke dass da drüben noch nicht fertig ist man könnte vielleicht hier noch gucken wie viel lagerhaus braucht bretter kosten genau wenn wir da mal ein lagerhaus hin wobei halt da ist doch ein lagerhaus hatte genug steine so genau das machen wir zur richtigen handelsrouten ein gucken was da steht die handelsrouten ok von marktplatz auf die handelsrouten schicken aha ok von marktplatz auf die handelsrouten schicken hafen 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 oder marktplatz ok ok mal gucken ob ich es kapiert habe Ja, aber jetzt kann ich jetzt vielleicht, da ist auch noch ein, ah, ob das sich lohnt hier, jetzt gucken wir mal geschwind, ob wir irgendwie, wir könnten ja hier jetzt einfach mal was hinsetzen. Mal schon mal schauen, ob wir hier schon was, Brauerei, Weberei, okay, Weberei braucht, okay, das ist gut, Hammer, ah, ich hatte schon mal hier eine Schaffarm hingesetzt, das habe ich aber offline gemacht zum Probieren. Dann werden wir das jetzt mal einfach so probieren, ob wir jetzt hier eine Schafzucht hinstellen, zack, einmal eine Schafzucht mit Klamotten, dann könnte man, theoretisch, später auch. Die brauchen auch bloß Wasser, haben wir eigentlich einen Brunnen, fällt mir gerade ein. Weil hier stand jetzt ein Wohnhaus und die Weberei, das ist jetzt eigentlich Schwachsinn gewesen da drüben. Machen wir die Weberei weg. So, und da kommen wir mal das Wohnhaus. Dann setzen wir hier die Weberei hin, ha. Das können wir machen. Gut. Wenn wir die Möglichkeiten haben, können wir es ja ausnutzen. Gut. Was können wir noch irgendwas bauen, was interessant ist, das haben wir, die Kirche kann man wieder bauen. Händlergilde, die habe ich. Brunnen. Na gut. Wo haben wir eigentlich einen Brunnen? Da ist einer. Wenn wir jetzt aber hier die Schaffarmen haben, die brauchen ja regelmäßig eigentlich Wasser, würde ich behaupten. Gucken wir mal, ob wir denn... Da sind halt vier Steine. Aber jetzt habe ich noch die... Kann man die nur setzen? Geht tatsächlich. Cool. Okay. Hier scheint wo alles weg zu sein. Lass mal, warum geht es hier nicht vorwärts? Das hätte er keine Rohstoffe gefunden. Da hat es doch genug. Ah gut. Ach, das ist nicht Kohle. Jo. Dann klar. Der hat das letzte Stück Gold abbaut. Ach so, jetzt fällt mir gerade ein. Was passiert hier, wenn es feuch ist? Hallo? Ja gut, ist klar, wenn es bei der Reihe ist. Großartig, Milady. Handel ist endlich wieder möglich. Okay. Dann warten wir hier noch. Jetzt können eure Kaufleute weltweit Handelsrouten in ferne Länder erkunden. Seht nach, ob es nicht zufällig eine Handelsrouten für Steine gibt. Dann machen wir das doch einfach mal. Wenn der das schon so einfach so uns seht. So, wo ist denn das Ding? Da ist es. Ah, und jetzt brauchen wir praktisch dafür Klamotten. Ne? Okay. Den kann ich noch nicht. Was steht dran? Wollen wir mal hier um? Ausbauen. Ach so. Okay. Das geht wohl auch noch nicht. Ähm. Roten war hier. Ach, Steine. Hier. Hier hat es. Das ist doch Stein, oder? Die haben bloß. Die haben Steine. Okay. Okay. Fremdes Gebiet, sagt er. Ah, okay. Okay. Okay, jetzt müssten wir ja eigentlich. Äh. Okay. Der holt die Steine da voll raus. Ist schon okay. Der bringt eine Klamotte. Ist auch okay. Wow. Was haben wir denn jetzt hier? Cool. Dick macht die Klamotten also. Cool. Na. Also. Bitte. Macht die denn da? Der hat ja schon jetzt Material, oder? Ah, jetzt geht's los. Cool. Okay. Ach so, einfach mach mal Klamotten. Alles klar. Mit Steinen hierher. Ah. Genau. Ach, was haben wir denn da? Ein Schäfchen. Zwei Schäfchen. Cool. Nochmal eins. Hier ist nochmal eins. Wie macht das jetzt alles richtig, was ich hier mache? Ich habe nicht. Keine Ahnung gerade ever. Aber eigentlich haben sie ja schon gesagt. Die Handelsroute. Die läuft ja. Okay. Jetzt muss ich nochmal einen ausbilden. Das kostet uns ja nichts. Machen wir nochmal zwei. Also kostet uns ja schon was, aber Klamotten halt. So. Das läuft alles. Hier kommen wieder Klamotten. Okay. 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 Okay, na gut, aber so. Okay. Gucken wir hier schon was machen können. Um ihre Kaffee aus dem Güter zu handeln. Machen wir das mal. Müsste eigentlich gehen. Okay, die rüchten sich hier voll auf, das ist in Ordnung. So. Crash-Tafel. Okay, die rüchten noch mal. Ah, okay. Wirklich gefährdete Anzahl Einer Okay, aber einer? Okay Ja, eigentlich müsste es jetzt eigentlich laufen Wie es aussieht zumindest Wie es aussieht? Hier haben wir noch ein paar Steine Ja, das funktioniert schon noch ein paar Mal hier Das ist jetzt ein Problem Ja, das ist eine gute Frage Aber ich folge auch schon zu Ende Ich gucke mal, was jetzt weiter passiert Und dann geht es weiter auch Ciao 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 Ciao